Okay Leute, es geht weiter. Es hat so lange gedauert, bis ich so viel Schaden bei ihm hatte. Und jetzt greife ich ihn von hinten an. Boah, es hat so lange gedauert. Aber wenn ich jetzt sterbe oder so... Boah, da ticke ich aus. Was hat das jetzt gemacht? Okay, geschafft. Ja. Boah, ich bin überrascht, dass du noch lebst. Du bist wahrlich etwas Besonderes mit dem Emulator. Ich fühle, ich fühle, dass ich irgendwie verändert bin. Okay, nun werde ich als König Piccolo heimzahlen. Selbst ich lege meine Hand für dich ins Feuer. Tschüss. Überschau, Volker. Icho. Weißt du was? Gucke könnte durchaus gewinnen. Boah, das hat so lange gedauert. Der Wichser ist so stark. Egal, jetzt kommt der letzte Fight. Schau und Schluss. Oh, Tenshin... Schwächling. Hey, ich stirb. Gebirg. Tenshinhan, ey. Du. Gucu. Das kann nicht sein. Du warst es also, Tenshinhan. Aber ich war mir sicher, dich getötet zu haben. Verschwinde von hier, Gucu. Verschwinde aus... Verschwinde, Augenblick. Augenblick dich. Oh nein. Du wirst nicht. Nachdem du mich derart geschlagen hast, herkommst du mir nun bestimmt nicht. Einen Verrücken wie dich können wir nicht am Leben lassen. Trommel. Töte ihn sofort. Trommel, Trommel, Trommel. Hey, hey, hey. Stirb. Der kann eigentlich so fett... So fett sein und dann auch noch so schnell. Ey, der ist echt schwach. Ach, komm. Ich wollte euch noch was kurz zeigen. Wie gewinnt Seins? Äh, okay. Was zur Hölle? Warum habe ich hier so viel Schaden wie er? Okay, ich muss aufpassen, sonst skrippiere ich hier. Oh, verdammt. Verdammt. Neuer Versuch. Okay, ich dachte, ich muss jetzt nochmal machen. Aber das Leben hätte ich gut gebrochen können. Hier, Piccolo. Komm, jetzt weiß ich aber seine Taktik. Der ist eigentlich schwach, wenn man das bedenkt. Wenn er so kämpft. Du. Hä, was bist du für einer? Bist du Zangoku oder was? Ja, eben der ganze Zeit hier teleportiert. Fahrt zur Hölle, verdammte Kacke. Ach, komm. Man prügelt ihn. Oh, komm. Okay, komm. Geschafft. Geschafft. Endlich. Was bist du für einer? Hä, wie zur Hölle soll ich da hochkommen? Kann mir das einer mal erzählen? So. So. Apfel könnte ich gebrochen. Ein Leben könnte ich auch gebrochen. Sehr gut. Der Tod. Ich töte dich auch mal, um mein Leben... Also, um, äh, Essen zu bekommen. Du Kacke. Kacke. Hamburger. Sehr, sehr gut. Okay. Ich komm da nicht hoch. Und hier? Ähm, ja. Apfel, gut. Apfel doppelt. Okay, das läuft alles bisher sehr, sehr gut für mich. Okay. Apfel, dankeschön. Ich kann dir jetzt ein Leben gebrauchen. Aber egal. Wenn dir jetzt mehr kein Leben geben wollen... Verdammte Kacke. Ihr, was bist du für einer? Ach, komm. Jetzt du auch noch... Dass ihr alle zusammen in der Hölle seid. Ach, komm. Warum bin ich extra hier heruntergesprungen? Sehr, sehr gut. Oh. Und, kommt noch was? Anscheinend nicht. Okay, jetzt kommt die blaue Version von denen. Egal, ich hab mein Leben komplett. Das ist das Wichtigste. Das Rest von denen könnten wir eigentlich jetzt gestohlen bleiben. Okay, komm. Zieh, zieh, zieh. Ey, warte. Verdammte Kacke nochmal. Das hart erarbeitete Leben. Verschwendest du... Was willst du von mir, du ähnender Wichser? So, stirb. Was ist hier drin? Ein Eier halten. Okay. Und Chicken Wink. Ach, ich verschwinde einfach. Weil, das bringt mir so... Du Wichser. Okay, komm, so. Oh, boah, wie die mich aufregen hier. Endlich. Hä, wie zum Teufel soll ich da hochkommen? Ich hab mich zu treten, verdammte Kacke. So. Ähm, ja. Ist so, okay. So. Dankeschön. Und eine Kapsel mit einem Schwert. Und meine Nase wieder. Mit deinem Leben dazu. Dankeschön. Komm, ich brauche die Schildkröte. Danke. Okay, du lebst noch von denen. Du auch nicht mehr. Dankeschön. Boah, tut mir leid, Leute. Dass ihr das hören musstet. Aber, seid froh. Ich mache letztlich selbst, wenn ich krank bin. Ach, komm. so, danke. Zwei Äpfel. So. Okay. Ach, du Kacke. So. Weg mit dir. Okay, gleiches habe ich geschafft. Ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Du weißt wohl nicht, wann Schluss ist. Genau. Ich bin gekommen, um dich K.O. zu schlagen. Du Wurm. Ich werde dir zeigen, über welche Kraft ich verfüge. Gleiches gilt für mich. Ich werde dich ins Jenseits befördern. Okay. Was zur Hölle? Ey, und du wartest jetzt nicht echt vor mir, dass ich mit so wenig Leben kämpfe, oder was? Ey, die wollen mich doch verarschen hier. Okay, ich versuche mein Bestes. Aber ich kann nichts garantieren hier. So, 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 so. Kacke. Komm. Verdammt. Okay, geschafft. Und so. Okay, komm. Ich schaffe das doch noch. Ja, komm. So, danke schön. So, so, so. So, danke schön. Er ist dämlich. Er ist hochgesprungen auch noch. So, danke schön. Und so weiter. Es kann sein, dass ich das vielleicht schaffe. Nur vielleicht. Aber sehen wir mal. Vielleicht schaffe ich das ja noch. Komm. Komm, weiter. Okay. Okay, nochmal. Und so. Und so. Dankeschön. Okay, ich habe wieder gewonnen. Okay, wir haben gleich, wir haben gleich viel. Fast nur. Ja, kacke. Ja, kacke. Okay, jetzt macht er ein bisschen ernst, glaube ich. Oder ich bilde mir das nur ein. So, danke schön. Und nochmal. So, 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 so. Komm, den schaffe ich doch noch. Den schaffe ich noch. Kacke. Komm. Ich mache gleich so, ich mache auch so viel Schaden wie bei dir. Okay, geschafft. Verdammt. Okay, komm. Jetzt haben wir gleich viel. Verdammt. Okay, komm. Habe ich gewonnen? Ja. Boah, Leute. Ich habe gewonnen. Verdammt, ja. Gewonnen. Oh. Das kann nicht sein. Ich stecke alle meine Kraft in diese Forst. Schlag hin durch. Nichts für kleine Kinder. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Also, ich habe gewonnen. Also, Piccolo Junior. ist das Playz-Off-Buy. Oh, was soll ich zu diesem Spiel sagen? Das ich in zwei Tagen durchgezockt habe. Das war gut. Sehr gut. Ich finde, ich finde, Piccolo war einer der leichten Gegner, weil ihr habt ja gesehen, Krelin, finde ich, war am schwersten von allen Gegnern bisher. Und, ja, Krelin und Checki-Chan, aber ich weiß nicht, welche von denen jetzt schlimmer wäre. Ich glaube, Krelin als grauer Bastard war schlimmer als Checki-Chan. Aber ich habe es ja wenigstens geschafft. Boah. Unnahm. Ja, ich habe es geschafft. Eine der letzten, eine der ersten Let's Plays, die ihr sehen werdet nach meiner einmonatigen Pause. Ja, ich sage jetzt schon, ihr werdet das sehen. Also, viel Spaß damit. Als nächstes kommt Donkey Kong Country 1 für GBA. Also für SNDS, aber es gibt auch die GBA-Version. Die werde ich dann zocken. Und genießen. Und dann kommt Country 2 und 3 und Country 4, gibt es vielleicht noch. Keine Ahnung, guckt mir mal. Oder Castlevania, es kommen noch sehr viele Projekte von mir. Also, seid gespannt. Und genießt diese Videos. Obwohl ich krank bin, habe ich das noch irgendwie geschafft. Und mein Kopf tut richtig weh. Boah. Egal, ich fange gleich an, äh, äh, Donkey Kong Countrys aufzunehmen. Blood of Fire und Sword of Mana und, ähm, wie heißt das andere? Tales of Phantasia. Ja, die werde ich auch noch alle weiterspielen. Ich muss aber noch ein bisschen trainieren, weil bei Blood of Fire sind die Gegner irgendwie stark. Deswegen trainieren ist das Wichtigste. Und wenn ich da Hilfe brauche, kann ich da bei Blood of Fire gucken oder ihr schreibt mir bei den Kommentaren und so alles. Bei den, äh, RPGs, die ich jetzt momentan spiele. Egal, ein gutes Spiel, kann ich jedem empfehlen. Ach, aber, sehr kurz, in 8 Parts habe ich durchgezockt. Obwohl die ersten 2 Parts 30 Minuten waren. Da wären vielleicht 10 Parts draus geworden, aber vielleicht auch nicht. Ja, 1989, Bird Studios, Schulsaal, äh, Toya, Animation, Ban Bresto, 2005. Okay, kommt jetzt wieder. Du kannst jetzt Krillin im Story-Modus auswählen. Du kannst jetzt im Spielmenü extra auswählen. Du kannst jetzt im Spielmenü Minispiel auswählen. Speichervorgang. Gespeichert. Ich will mir das mal angucken. Äh, nun mal. Extra, was ist das? Kann ich da irgendwas noch machen? Ich glaube nicht, oder? Äh, okay. Hä, was ist das denn? Zurück, äh, ja. Achso, okay. Also, das war jetzt das alles von mir. Und wir sehen uns im nächsten Projekt, also Docking Countries. Tschüss.